wir holen einmal tinte 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 und dann brauchten wir einmal Honig noch ich weiß nicht mehr sehe ich hier noch irgendwo einen Honigbaum oder sollte ich den kaufen was ist denn hier eigentlich sehe nix willst du mich verarschen was ist das denn oh jetzt liegt hier so viel Zeug rum äh irgendeine Pressmaschine ach ich kann das auch ich habe keinen Bock das alles hin und her zu schleppen das geht doch nicht das geht doch nicht so handeln ich hätte gern einmal tinte tinte stift und tinte ich hätte gern nur einmal tinte und einmal stift und tinte ich weiß auch nicht warum habe ich jetzt Bock darauf so was hat er hier hat er köder weißes fischfilet gutes fischfilet ich bin schon wieder sehr voll ok ich brauche auf jeden fall Steinbruch, Leuchtturm, Todespferd ähm zuhause so einmal die Dinger da rein so ne das nicht ähm den Honig ja Bratapfel ne was wollte ich jetzt machen ach den Werterschlüssel braucht der ja gar nicht tu ich den mal hier hin ich weiß auch nicht was ich mit diesen ganzen Geschichten hier jetzt soll noch nicht ich weiß es noch nicht so ich habe immer noch Hölzchen ah ja Tintenfass zehn leeres Papier Mist ich kann nicht nutzen aber ich kann hier den Schnellweg nehmen haha nehm ich den doch wo ich da hinkomme keine Ahnung so hier war da noch irgendeiner der hier gibt mir da noch Honig ne brauche ich gar nicht nehmen den einfach hier so cool fünf Töpfe Honig so wer wollte die ähm Schwille Stempel fünf Honig ach das der wollte fünf Honig Töpfe okay der Kiffer oder der naja gut der Verrückte mit dem Hanf äh 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 warte mal falsch er da hör was hör mal ich hab Tinte großartig Tinte ist das Blut der Poesie das klingt gut ich bin äh ich sollte niederschreiben sollte ich niederschreiben alles klar und hier jetzt den Papier 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 ist Papier eine Erweiterung der Poetenseele Papier ist nichts wirklich poetisches am Papier Papier ist geduldig so und jetzt das war's jetzt hab ich alles was ich benötige ich sollte meine Ode an Frau ich sollte mit der Ode an Frau Anmut beginnen ah irgendwie mangelt es mir an Inspiration jeder Poet kennt das dieses Gefühl hm ich sollte klein anfangen dann kommt der Rest von allein wenn du willst kann ich etwas simples für dich verfassen umsonst also ungefähr bringen wir nur ein wenig Wein und die poetischen Säfte in Schwung zu bringen aber bitte das Gute zu vergiss nicht ich bin ein bekannter Poet in gewissen Kreisen tausche eine Flasche Wein gegen eine Geschichte ok ach warte mal Geschichte ach damit kann ich vielleicht die die alte wollte ich schon sagen die Dame die werte Dame hier gibt es nur Hunden Bier kein Wein hm morgen morgen gibt es neue Sachen dann habe ich morgen bestimmt auch Wein jetzt ist der Typ nicht mehr da ne ist er noch da er ist noch da ding dong bing bong alles klar hier Honig oh man wie süß äh was mit dem Kuchenrezept denk einfach dran Kuchen kann nicht süß genug sein Süßigkeiten helfen dabei die Sachen von einem anderen Blickwinkel auszusehen und mehr zu lernen alles klar was kann ich mit dem ah ja ich kann handeln ja na gut oh er verschwindet in seinem Topf benutzen Leuchtturm Steinbruch totes Pferd cool oh Transportstation nee wie cool das für euch okay wow geil habe ich alles dabei warte mal eventuell auf dem Weg hierher soll ich doch irgendwo ein ausgraben boah wie ging das ja nochmal warte mal ich hoffe das kriege ich jetzt weg hier jawohl sehr schön Füßland können wir noch ein bisschen holen der Tag bricht an ich kann mal gucken ob das jetzt hier funktioniert hier ist 100 okay okay und jetzt und jetzt wow okay ich muss vermutlich warten bis einer beißt aber ohne Köder ist das natürlich ein bisschen lame ich gehe erstmal zurück Geschichte alles klar so was wollte er ja Kerzen dann bete ich jetzt nochmal wie wird das hier mit Kerzen aber ich kann Notizen machen Notizen kann ich hier machen okay Flugblatt ähm also da brauche ich mehr Notizen okay Hilfe was war das denn jetzt kann ich ein Kapitel machen was 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 achso wir chesten das mal und jetzt könnte ich hier theoretisch ein Spendengebet irgendein Gebet machen dafür brauche ich aber diese Dinger ähm so die Tinte tue ich da wieder rein alles klar achso wie war das mit Kerzen Bienenwachs shit wo habe ich den Bienenwachs ich brauche Bienenwachs nein falsch so ich hole mal schnell Bienenwachs Kleinigkeit am Bienenwachs hatten wir glaube ich schon hier hatte ich keinen drin ne nee aber hier draußen hier hatte ich den nicht die kann ich mal wegpacken wenn dann hier Bienenwachs okay das hier oder nicht ob ich das brauche was war mit den Maden da konnte ich auch mal was machen so äh wir machen mal Kerzen vier Stück okay hab ich nicht noch Immobilienwachs hä alles klar zack zack so Kerzenständer der Stufe 2 und immer noch ein Wandleuchter wo ich nicht weiß wo die hin sollen Buntglasfenster 19 warte mal 20 so Qualität 20 ich gehe nochmal raus guck mal hier die Kirche erstrahlt in neuer Helligkeit neue Aufgabe verglichen mit den Stadtkathedrale ist das gar nichts aber für eine einfache Kirche ist das nicht übel noch einmal kleine Veränderungen und dann können wir die Kirche verbessern ach ja Fisch braucht der noch so jetzt schnell wir beten wir beten wir beten eben gern würde ich ein paar Worte sagen oh guck mal da kommt schon ein paar mehr jetzt unsere Kirche ist klasse oh toll oh toll und jetzt lasst uns diesen Segen beten oh guck mal da kommen schon mal vier zusammen Halleluja Halleluja so Spenden sind willkommen oh sechs Stück immerhin besser als nischt cool eins sechs sehr schön so dann sollte ich auf jeden Fall immer zwei Stück kann ich nochmal zwei rausholen kann ich nochmal zwei rausholen aus dem Arsch kann ich mir nochmal zwei aus dem Arsch ziehen okay so wie war das jetzt ich könnte ein wofür brauchte ich jetzt ach ich brauchte zehn um einen Typen um einen Typen äh ein Zombie zu machen so und ich habe jetzt sechs okay was habe ich sonst noch so 22 ja ich tue das erstmal hier rein okay dann gehe ich jetzt nochmal kurz bevor ich es vergesse zum Steinbuch äh ja von mir aus shit kann ich mal kann man die Sachen hier wegmachen so den hätte ich da gerne wie geht das jetzt ach krass cool ja ich muss das noch irgendwie verstehen aber ansonsten ist das schon mal cool also schlafe ich mal ein Rundchen ähm ja leider kann ich das Holz nicht mitnehmen ach doch das kann ich ja nochmal an dem an dem Sägedings da warte mal nehm ich auch mal mit wir gehen mal da rüber außerdem sollte ich mal echt versuchen zu angeln einmal versuche ich es noch so und jetzt warte ich einfach bis es da zupfelt aber ich hoffe das geht das zum Beispiel ah das war äh dumm hm tja komm beiß jetzt einmal was war das ach so das kostet ein bisschen Energie hm zwei passiert doch nix oh was 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 oh ich hab nen Fisch begefangen was wie krass eine eine Bache äh Brache Brasche eine Brasche okay keine Ahnung ich kenn mich mit Fischen hier aus so uffs hier ist dieser Baum was kann ich hier machen Baumsegewerk warum kann ich das nicht basteln weiß ich nicht das muss denn das muss die Art sein wo ich von dem Gunter gesprochen hat echt hier ich sollte diesen Zombie suchen okay oh herstellen mit dem Baum oh oh ähm 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 Bienenzucht die kann ich hier auch beginnen Sekunde mal hey hey wieso geht das nicht wenn ich zu dem sagen hier mach hier hey hey wie soll es denn gehen wo gehe ich jetzt überhaupt hin warum gehe ich mit denen jetzt nach der oh hey was mache ich denn hier ich gehe nochmal kurz zu dem zu der Station scheinbar sind die grünen Sachen für die Zombies ähm von daher gucke ich mal ob der hier irgendwas macht legen hä was macht er denn ach scheiße der hat die Steine ach wie cool what the fuck kann ich die nur hier hinpacken oder hier Mist warte nochmal nix da also hier jetzt steht der da okay aber wie cool der hätte jetzt die Steine zurückgebracht das ist auch eine geile Sache guck mal da rennt der sofort los wie cool ist das denn okay dann muss ich mich nicht mehr dahin das ist natürlich schon mal geil äh das ist echt cool aber wenn ich jetzt trotzdem wie kriege ich die Bäume hier weg äh nach Hause ah das ist schon mal gut so was wollte ich jetzt machen ich brauchte noch ein paar von den dinge machen wir nochmal ein paar davon und ich brauchte auch noch ein paar keile dafür brauchen wir erstmal hier holz ich glaube ich schneller oh so kann ich zu Ende machen alles klar dann gehe ich jetzt nochmal hier runter kann ich sagen liegt hier noch einer nee okay da können wir mal eine einbauen und ja eh gleich noch welche exhumieren zack so warten wir jetzt mal da muss ich nix mehr machen äh ich gehe nochmal da hoch zu diesem bienenstock dingen wo ist eigentlich der zombie der müsste jetzt uah krasseres schwer so geht er schon wieder zurück oder was war der schon war der schon da so gucken ob ich das noch eben schaffe hier zehn bienen okay ein bienenstock dauert ein bisschen hier mal wieder zurück noch ein holz hier okay das gleiche muss ich irgendwie bei dem sägewerk machen und dann ach guck mal der hat tatsächlich einen stein geliefert wie geil das gleiche muss ich noch bei dem sägewerk machen so okay ein fisch haben wir hier ein gutes fischfilet kein ultimatives aber ein gutes das kann ich natürlich auch noch kochen nicht 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 hey fischnuggets honig dings und gepäckteig ach wie geil da kann ich einen fetten kuchen machen okay ledermaus flüschl zack die muss ich damit runternehmen äh was machen wir jetzt ich mache jetzt gar nichts mehr ich mache jetzt hier Ende was soll wir machen morgen weiter ich mache jetzt einen cut an der stelle alter die zeit die verrennt das ist schon fast wieder drei stunden okay naja ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zusehen und wir sehen uns dann gleich nach dem Schnitt oder der nächsten Folge wie immer bis dahin gehabt dich wohl tschüss und vielleicht werde ich zwischendurch noch ein bisschen fahren mal schauen bis denn tschüss